Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Beitrag Vermögensverwaltung der andere Weg Kepler Portfolio Management. Mein Name ist Uli Krämer, ich bin Leiter Portfolio Management der Kepler Fonds Kapitalanlagegesellschaft. Wer auf den internationalen Kapitalmärkten investiert, braucht eine langfristig ausgerichtete Strategie. Genau das bieten wir mit dem Kepler Portfolio Management. Auf Fondsbasis wird in ein breit diversifiziertes Portfolio investiert und die Risikobereitschaft, die Möglichkeiten des Anlegers berücksichtigt. Da es sich um eine Veranlagung in Form eines Investmentfonds handelt, sind Punkte wie Anlegerschutz, Transparenz, Verlustvortrag über die Folgejahre und ein transparentes Reporting selbstverständlich. Alles das bietet unsere Veranlagungsform Kepler Portfolio Management für Sie. Fundament der Veranlagung in diesem Bereich ist unsere Kepler Asset Allocation. Wie gehen wir hier vor? Auf Monatsbasis bzw. Anlass bezogen werden wir uns beschäftigen, wir uns mit Risikoszenarien. Was könnte die Märkte bewegen in die eine oder in die andere Richtung? Wir überlegen uns im Bereich der Makroökonomie, der volkswirtschaftlichen Entwicklung. Wie sieht es mit der Konjunktur aus, mit der Inflation, mit Verschuldungsquoten? Wir schauen uns an, wie die Bewertung ist einerseits der Aktienmärkte, der Rentenmärkte, aber auch zueinander. Wie sind Aktien und Renten zueinander von der Bewertung her zu sehen? Und in ganz spezieller Form, die es in dieser Form nur bei Kepler gibt, diese ganz ausdrückliche Einbeziehung der Marktpsychologie gemeinsam mit Professor Kocker von der Johannes Kepler Universität in Linz. Diese Faktoren werden in eine Gesamteinschätzung übergeführt und führen letztendlich dann zu Über- oder Untergewichtungen von Anlageklassen. Worum geht es bei dem vorher erwähnten speziellen Faktor der Marktpsychologie? Letztendlich zeigt sich, dass Anlegerinnen und Anleger und gesamte Märkte nicht rational sind, nicht nach rein objektiven Gesichtspunkten entscheiden. Es kann und es kommt zu Herdenverhalten, zu Marktübertreibungen nach oben oder nach unten. Das wollen wir erkennen, das wollen wir entsprechend in der Veranlagung berücksichtigen. Wenn andere gierig werden, werden wir vorsichtig. Wenn sich andere ganz stark fürchten, überlegen wir in die Märkte einzusteigen. Alles das wird in einem sehr strukturierten Prozess von Professor Kocker auf Basis von langjährig erprobten wissenschaftlich nachgewiesenen Indikatoren aus dem Bereich der sogenannten Marktpsychologie, Behavioral Finance, abgebildet. Ein Produkt, eine Vorgangsweise, die es in dieser Form nur bei Kepler gibt. Welche Bausteine weist diese Kepler Asset Allocation auf? Wir beginnen bei sehr sicheren Bausteinen, dem Geldmarkt beziehungsweise Staatsanleihen und geht über weitere Segmente im Rentenbereich, Unternehmensanleihen, Anleihen aus Emerging Markets in den Aktienbereich. Ebenfalls entwickelte Märkte, Industriestaaten, aber auch Emerging Markets. Ein Grundprinzip bei Kepler global die Veranlagung zu streuen bis hin zu alternativen Investments in Form von Wandelanleihen oder Rohstoffinvestments außerhalb der Landwirtschaft. Diese Produkte, diese Marktsegmente gliedern wir entsprechend Ertragsrisiko, langfristigen Ertragsrisikogesichtspunkten. Das Ziel ist, daraus optimierte Portfolios darzustellen. Was tun wir im Bereich dieser Umschichtungen zwischen den einzelnen Marktsegmenten? Hier beispielhaft dieses antizyklische Investieren dargestellt an einer Umschichtung im Jahr 2018 im Bereich der Aktien Emerging Markets beziehungsweise der Aktien entwickelte Märkte. Der Kursverlauf von Aktien aus entwickelten Märkten war im Vergleich zu denen aus Emerging Markets unterdurchschnittlich. Unsere Indikatoren haben dann gezeigt, dass es jetzt Zeit sein könnte, aus Emerging Markets wieder mehr in entwickelte Märkte zu gehen. Und das hat zu diesem Zeitpunkt stattgefunden. Und in diesem Fall hat das wunderbar gepasst. Die Emerging Markets sind gesunken und die entwickelten Märkte sind tendenziell gestiegen. Ein Beispiel, wie wir antizyklisch verstehen. Ein Beispiel dafür, wie wir marktnahe Umschichtungen entsprechend zu ihrem Vorteil einsetzen. Die Mischung dieser Marktsegmente, Aktien, Anleihen zueinander, baut auf ganz bestimmten Prinzipien auf. Letztendlich geht es darum, langfristige Ertrags- und Risikopositionierungen zu finden. Das beginnt bei einem Portfolio Management konservativ, das bis zu 20 Prozent Aktien aufweist, bis zu einem Portfolio Management dynamisch, das zwischen 60 und 80 Prozent Aktien aufweist, bis hin zu einem Active World Portfolio, das auch einmal bei bestimmten Marktkonstellationen auch 100 Prozent Aktien aufweisen kann. Auf ein Produkt möchte ich besonders hinweisen, nämlich auf das Portfolio Management ausgewogen. Mit einer Aktienquote zwischen 40 und 60 Prozent und einer korrespondierenden Anleihenquote. 50-50 als langfristige, neutrale Ausrichtung. Denn dieser Bereich wird jetzt neu, auch besteht die Möglichkeit nachhaltig abzudecken. Nämlich mit einer nachhaltigen Vermögensverwaltung, die alle vier Kernkompetenzen von Kepler in einem Produkt umfasst. Nämlich die Anleihenselektion, wo wir auch kleinere Volumina beimischen, um höhere Erträge im Rentenbereich zu lukrieren. Wo wir den Aktienbereich mit der Minimum-Varianz-Strategie abbilden. Wo der Bereich Aktien zu Anleihen mit der dynamischen Asset Allocation gesteuert wird. Und das Ganze auf Basis unseres nachhaltigen Investmentprozesses. Diese nachhaltige Vermögensverwaltung in Form des Kepler Portfolio Managements wird alle Transparenzsiegel, Umweltsiegel und Auszeichnungen für nachhaltiges Investieren der Vereinten Nationen von Anfang an umfassen. Und auch konform mit den Kriterien der österreichischen und deutschen Bischofskonferenz sein. Wie wird das ganz konkret ausgeformt sein? Das Portfolio Management Ethik Mix ausgewogen wird folgende neutrale Quoten aufweisen. Im Rentenbereich 50%, ebenso im Aktienbereich 50% und dazwischen im Rentenbereich deutliche Positionierungen bei Staatsanleihen und besicherten Anleihen bis hin zu Unternehmensanleihen. Um auch hier in diesem Bereich das Ganze global und sehr breit darstellen zu können. Wichtig ist, dass man ganz zeitnahe Informationen zum Markt erhält. Neben den Auswertungen zum Kepler Portfolio Management finden Sie auf Kepler.at umfangreiche Informationen zum Markt, Informationen zu den Positionierungen in den Fonds, Positionierungen im Bereich der Vermögensaufteilung, der Asset Allocation. Und ganz neu die Kepler Börsen Minute monatlich, ganz kompakt, ganz zeitnah nach unseren Entscheidungen zur dynamischen Asset Allocation wird die Kepler Börsen Minute freigeschaltet, um Sie ganz aktuell und zeitnah zu informieren. Geldanlage braucht starke Partner. Geldanlage ist Vertrauenssache. Es freut uns, dass unsere Veranlagungsphilosophie die Art und Weise, wie wir Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds managen, dass die auch von objektiv beurteilenden Dritten als sehr gut, nachhaltig gut eingestuft wird. Wir haben auch 2019 bei den Scope Asset Manager Awards erste Preise errungen, beziehungsweise waren in vielen Bereichen in den Top 5 gereiht. Das deutsche Finanzmagazin Capital trifft Aussagen über 100 verschiedene Asset Manager. Kepler hat es wiederum geschafft, in den Top 10 zu sein und heuer sogar 2019 Platz 1 unter den Universalanbietern zu erreichen. Damit komme ich zu den zusammenfassenden Vorteilen, die das Kepler Portfolio Management bietet. Es ist ein Produkt, das ab 50.000 Euro ein professionelles Management über alle Anlageklassen global anbieten kann. Diese Anlageklassen werden dynamisch abgestimmt auf das jeweilige Marktumfeld. Und ganz eindeutiger Vorteil, das Ganze mit einer sehr fundierten Titelselektion, sowohl im Renten- als auch im Aktienbereich. Natürlich, wenn man sich auf den internationalen Kapitalmärkten begibt, dann ist man Risken ausgesetzt. Währungsschwankungen können Einfluss nehmen, Kursschwankungen können Einfluss nehmen. Wichtig ist, dass man den entsprechenden Anlagehorizont aufweist, um langfristig den Vorteil dieser Veranlagungsform für sich in Anspruch nehmen zu können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich lade Sie ein, gehen Sie mit uns den Weg der Vermögensverwaltung, den anderen Weg mit dem Kepler Portfolio Management, jetzt auch nachhaltig. Viel Erfolg beim Investieren.